Willkommen zur nächsten Aufgabe in Disney Dreamlight Valley und zwar geht es hier wieder um Belle, die Kroniken der Uralten und das ist leider schon wieder die letzte Aufgabe von ihr. Die ist jetzt Level 10, die letzte Aufgabe. Untersuche das Tagebuch von Belle im Schloss des Beasts. Das geht immer so schnell. Ich habe ja noch ein paar vom Beast, ein paar Aufgaben. Hier ist das Tagebuch. So, da suche ich die Seite, die rausgefallen ist. Die super Geheimsprache. Die Kroniken der Uralten befinden sich auf einer Insel außerhalb des Tals. Es ist nicht in Dreamlight Valley. Das ist Ariels Reich. Ich rede mit Ariel. Ja, sprich mit Ariel. Das ist ja interessant. Wo bist du denn? Die ist zu Hause. Hier drüben. Dass du uns vielleicht helfen könntest, aber es könnte ja auch, glaube ich, Vajana sein. Also, ich soll's in ihrem Reich suchen. Das ist irgendwo hinter Felsen. Benutze das Floß am Schilernenden Strand. Ja, das weiß ich noch. Das ist hier das Floß. Hinter den Felsen. Da. Ist es die? Nein. Die hier. Hier. Ich gehe zu Belle zurück. Wie gut, dass ich die mitgenommen habe. Vielleicht schaffen wir es jetzt zweit. Naja, ich würde ja Maui mitnehmen. Nichts kann uns aufhalten. Hm. Ja, das Biest kann man natürlich auch fragen. Hm. 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 Sammle einige Materialien. Seile und Eisenbahnen. Dann muss ich wieder zurück. Und ich dürfte das eigentlich die Materialien haben. Ich muss es nur noch herstellen. Hier, Eisenbahnen. Jetzt hab ich nicht aufgepasst, wie viele. 2 und 4 Ich kann sie nicht herstellen Welche Fasern brauche ich noch vorher? Fasern? Ja, mach mal Echt so viele? Gib die Materialien dem Biest Wo bist du? Da Da steht er Oh Bitte, bitte Glaubst du, dass du das schaffst? Nein, bitte, bitte Jetzt geh voran Geh zurück Zu Ariels Insel Optional Ja, das Outfit Komm Das braucht man nicht Sprich mit dem Biest Und niemand wurde zerquetscht Danke Das ist doch wieder Irgend so ein Rätsel Erste würde ich sagen Sonnenaufgang Das letzte Sonnenuntergang Oder nachts Ich hab dir so viel zu erzählen Ich werde sie öffnen Ich glaube, die Kiste kann man nicht öffnen Noch nicht Oh, sie ist verschlossen Ja Das hab ich mir gedacht Ah-ha Oh Das Licht des Mondes Wird es besser sichtbar machen Also Das erste Symbol Das ich finden muss Ist hier Irgendwo In der Nähe Mach ein Foto Vom ersten Symbol Am Strand Von Ariels Das ist hier Bei einem Besuch In der Nacht Ist das Symbol Besser Zu sehen Das ist ein Witz Muss ich jetzt echt warten Bis es nachts ist Ich frage mich Ob hier jemand Einen Schnickschnack Hier Das wäre das erste Symbol Ach, ich sehe es Okay Ich hab jetzt schon im Wasser Irgendwo gesucht Oder hier Auf den Felsen Irgendwo da oben Aber es ist hier Das war das erste Symbol Das war das erste Symbol Also Du wirst die anderen Im Tal Von Dreamlight Finden Das wäre dann Das wäre dann das ganze Tal Eins ist in der Nähe Von Wasserruinen Ein anderes Unter Den Augen Eisiger Gipfel Das ist Das Reich der Eiskönigin Würde ich sagen Und das letzte Findest du im dunkelsten Tal Der Ländereien Ähm Die Mine Die Wasserruine Ich glaub das ist da Ähm Wie heißt denn das Da wo ich auch In der anderen Aufgabe Angeln musste Ich sehe mir so gerne Du wünschst Ist das eine Ruine Eigentlich nicht Eigentlich Würde ich sagen Nein Würde dann schon Eher so Höhlenmäßig Sein Das würde dann schon eher so In der Nähe von Ruin Am Wasser Ich glaube das ist hier Ich sehe es Das ist Ich sehe es Das ist Hubs. Was? Ich versuche als da hinten. Aber das ist hier. Hier Kamera. Im dunkelsten Teil des Landes. Entweder ist es die Mine. Es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt die Mine, die Grotte und das andere. Ich würde sagen, das ist der dunkelste Teil. Ich habe doch schon mal hier irgendwo was gesehen. Hier. Hier. Nee, hier ist es nicht. Das könnte... doch die Mine sein. Ich glaube eher, dass das irgendwo am Anfang ist. Ich glaube eher, dass das irgendwo am Anfang ist. Das müsste hier, glaube ich, wenn irgendwo sein. Hm, oder auch nicht. Okay, dann bin ich gleich wieder da, wenn ich es gefunden habe. Hier habe ich jetzt das nächste Symbol gefunden. Unter den Augen eisiger Gipfel. Das ist hier. Da war damals, glaube ich, Olaf drin. Das ist hier. Da ist es an der Wand. Ach nein, X. So, Foto machen. Und jetzt im dunkelsten Teil des Landes fehlt mir noch. Und ich dachte ja vorher, das hat ein bisschen gebraucht. Aber es hat ja gehiesen, es ist in Dreamlight Valley und nicht bei irgendjemandem zu Hause in der Höhle oder so. Und ich nehme an, im dunkelsten Teil des Landes, das ist hier das, wie heißt es, verdorbenes, vergessenes Land. Dass es da irgendwo ist. Das ist nicht in der Mine oder so, das wird, ähm, das wird da sein. Das ist nämlich eigentlich der dunkelste Teil. Da ist der Brunnen. Ich nehme, ich würde mal sagen, das ist vielleicht hier irgendwo. Da ist es doch. Da. Das ist hier auf der Karte. Hol dir den Inhalt der Truhe aus dem Haus des Biests. Der Inventar ist voll. Muss ich wieder zum Strand. Aber ich muss noch irgendwas aus meinem Inventar. Ähm. Oh, jetzt, jetzt dürfte ich genügend Platz haben. Leider die letzte Aufgabe von ihr. Das war mal wieder ein schönes Update. Da ist die Truhe. Das war mal wieder. Oh. 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 Ich kenne jemanden, der gerne Wünsche erfüllt. Ich soll mit der Fee sprechen. Mit der guten Fee. Die gute Fee, wo bist du? Ja, vielleicht kann die ja weiterhelfen. Wunderbar, wir haben viel zu tun, weißt du? Es ist das Ding, was ich gerade gegeben habe. Oh Mann. Ich brauche einige Goldbahnen, Kristalle, Traumscherben und ein Saphir. Und jetzt den Fork mit dir. Bibidi-babbidi-buu. Ja. Sehr gut. Aber ich glaube, ich habe alles. Erstmal brauche ich ein bisschen Platz. Ich glaube, hier. Goldbahnen. Goldbahnen. Ich glaube, die habe ich nicht, weil ich nur Gold besitze. Doch, besitze ich. Und die Kristalle. Und die waren doch auch hier, glaube ich. Ja. Dann habe ich alles. Jetzt sitzt die da. Zehn Stück. Zehn Gold, ey. Mann. Wir haben viel zu tun, weißt du? Ah. Und jetzt den Fork mit dir. Bibidi-babbidi-buu. Ist es das 1,2,3-4,3-3,3-4,5-4,5-5,5? Oh. Ich gobierno. Oh. es gehört in die bibliothek das gehört allen im dorf ich sollte in die bibliothek legen in der nähe der bibliothek habe ich das es ist hier dann platziere ich das einfach hier neben den büchern jetzt bin ich wieder zurück zu der kann ich dir helfen wauw Das war's. Das war's dann auch mit der Aufgabe, mit der letzten von Belle, jetzt habe ich noch zwei Stück glaube ich vom Beast und dann war's das leider schon wieder. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo oder ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal.